Servus Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Season 1 Episode 5. Wir sind jetzt mit der gesamten Gruppe in einem anderen Gebäude verbarrikadiert anscheinend. Totes Paar. Lee, bist du okay? Ja. Lass uns an es gehen. Yep. Okay, Totes Paar. Äh, Kenny? Nicht fragen mich, wie ich es mache. Lass uns einfach weitergehen. Okay. Okay. Ben? Lee, Christa? I guess Crawford would have gotten them anyway. Okay. Äh, Fernseher? Judging by the decor of this room, I guess they were PBS Watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch Kung-Fu-Movies. Just saying. Okay. Gemälde? Hard to believe, the world once felt this peaceful. Mhm. Eine Uhr, eine Tür, ein Ben. Ben. You still with the spit? Yeah, Lee. I just want to help. Okay. Omit. Was ist daran, der bitte pervers? Medaillon. What do you call this thing? Art? Omit. Okay, darin ist nichts pervers. Darin ist gar nichts perverses. So, da kommt hier. Okay, dann öffnen wir sie doch. Ähm, ja? Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Okay. 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 Mm-hmm. Und er fällt jetzt runter. Ich in meiner verdammten Mund. Heilige verdammt! Was werden wir tun? Ich habe etwas geblieben. In der Fall. Komm schon, Mann! Wenn alles so schlecht geht, könntest du der letzte Klemente sein. Wir halten uns an. Ist er nicht. We're gonna get your ass up. Really? I thought you... Fuuuuck. Fuckin' hell. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can, uh... Ow! Just yank him off that thing. What? Like a Band-Aid. Do you think... Und da kommen schon die ersten... Besucher. Fuck! Oh god, don't let them get to me! Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Me still. Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! What the fuck, Kenny? Lee... Lee, it's okay. Kaja wouldn't want this. Damn it, Ken! Yeah, she would. I either save the kid or I get to see her. Either way. Now get back up there. Go get that girl! Back, you sons of bitches! Damn it, Kenny! God damn it! God damn it! Oh fuck! Kenny! Me! Ich habe versucht zu helfen. Was ist denn da passiert? Es waren nur zu viele von ihnen. Ben war wirklich verletzt, und ich weiß nicht, es ist nichts anderes. Gott! Gott! Ich habe ein Schuss. Wir brauchen mehr Blut. Du brauchst ein Schuss. Es ist nicht dein Schuss, Lee. Ich kann nicht glauben. Wir brauchen mehr Blut. 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 Du willst sprechen? Kenny war mein Freund. Ihr werdet großartig für sie. Bist du okay? Okay. Schaut ein bisschen sehr marode aus, das Teil. Ein bisschen sehr marode, um ehrlich zu sein. River Street ist gerade vor. Okay. Whoa, careful. Even the buildings are full. I never know where the next meal is. Nein, wissen sie nicht. No, they don't. I... I didn't mean... It's fine. Let's go. Okay. Marshal's Hotel is around the corner of the block. Hmm. Hmm. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Sicher? Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. You... I'm obviously not doing so hard. The decision doesn't make itself. I'll go first. I'll go first. In case anything happens out there. You sure? Yeah. Nein. Ich tue nur so. Und los geht's. Just go nice and slow. Bewege dich über das Schild zur anderen Seite. Ja, äh, Captain Obvious lässt uns mal wieder... ...grüßen. Warum zum Geier habe ich noch das Beil bei mir? Das brauche ich doch im Moment gar nicht. Almost there. It's an easy crossing. Hm. Okay. Oh fuck. Shit! Oh fuck. Shit. Are you okay? Fine. I'm kinda fucked here. What are you gonna do? I'll figure something out. There's not a ton of options. Kannst du mir helfen? Can you help me? I don't know what we can do from here. Anything. It's fucked, Lee. Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotels around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. 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 Hmm. Ah. 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 Okay. Ah. 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 Gibt es doch irgendeine Möglichkeit? Keit. Alter. Die. Ich die Klinge benutzen kann als die andere? Ah. Ah. Okay. Hm. Das Auto kennen wir doch irgendwoher. Jetzt mal ganz im Ernst, das Auto kennen wir irgendwo her Naja Leute, an der Stelle beende ich den Part für heute Fürs Erste Das war's dann wieder mit The Walking Dead Season 1 Episode 5 Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal Schausen